Auf ship.de, das Verbraucherportal für jeden Tag, ist ein Artikel am 12. Januar 2022 veröffentlicht worden, erstellt mit Agenturmaterial. Es gibt bestimmte Tricks, wie sie es schaffen, ausreichend Wasser zu trinken. Hören wir uns erstmal an, was hier gesagt wird. Wasser ist lebensnotwendig. Doch nicht jeder Mensch hat gleich viel Durst. Vor allem Kinder und ältere Personen trinken häufig zu wenig. Auch Fieber oder Hitze können Gründe dafür sein, dass sie zu wenig Flüssigkeit im Körper haben. Genehm Wasser ist aber wichtig, denn es begünstigt die Funktionen der lebensnotwendigen Organe. Zudem bleiben sie tendenziell fitter und gesünder. Doch reicht die Menge an Wasser aus, die sie täglich trinken? Mit dem Hautspannungs- oder auch Haut-Tuber-Test lässt sich innerhalb von Sekunden überprüfen, ob sie genug trinken oder nicht. Um das zu testen, hebt man mit zwei Fingern eine Hautfalte an und lässt sie dann wieder los. Bei zu wenig Flüssigkeit im Körper bleibt die Falte kurz stehen. Trinkt man genug Wasser, ist die Falte sofort wieder weg. Die Haut hat eine Grundspannung, welche vom Flüssigkeitsgehalt der Zellen abhängt. Fehlt dem Körper Flüssigkeit, wird die Haut schlaff und trocken. Haben Sie heute schon genug getrunken? Viele Berufstätige werden diese Frage jetzt verneinen. Sie vergessen im stressigen Arbeitsalltag schlicht regelmäßig zum Wasserglas zu greifen. Das empfohlene Pensum pro Tag liegt laut Deutscher Gesellschaft für Ernährung bei anderthalb Liter Wasser pro Tag am besten pur. Und Ernährungswissenschaftler Marc Hübers vom Institut für betriebliche Gesundheitsberatung gibt hilfreiche Anregungen, wie das im Joballtag gelingen kann. Also beobachten wir erstmal unser Trinkverhalten. Das eigene Trinkverhalten zu hinterfragen und zu beobachten, ist der erste Schritt auf dem Weg. Hier weitere Tipps für Trinkfaule. Wasser essen. Verzehren Sie möglichst Obst- und Gemüsesorten, die viel Wasser enthalten. Dazu zählen zum Beispiel Wassermelonen, Erdbeeren, Gurken, zahlreiche Blattsalate und Tomaten. Zweitens feste Trinkrituale. Beschäftigte können sich vornehmen, nach einem beendeten Meeting, bei der Rückkehr an den Arbeitsplatz oder nach der Erledigung einer Aufgabe mindestens ein halbes Glas Wasser zu trinken. Zu Mahlzeiten empfiehlt es sich, jeweils ein ganzes Glas zu trinken. Digitale Helfer, Apps wie Trinkwecker und Trecker erinnern rechtzeitig an den Griff zur Wasserflasche oder zum Wasser, noch bevor der Durst es tut. Nutzer solcher Apps behalten somit ihre Flüssigkeitsaufnahme genau im Blick. Die besten Trink-Apps haben wir zusammengefasst. Gehen wir gleich mal drauf. Ich lese jetzt erst mal zu Ende. Das Auge trinkt mit. Es kann helfen, das Getränk jeweils in Sichtweite aufzustellen. Dann greifen Sie unbewusst öfter zur Flasche oder zum Glas. Ein schönes Design des Trinkbehälters kann außerdem die Trinkmotivation steigern. Ausreichend Wasser für einen gesunden Stoffwechsel. Wer genügend trinkt, trägt dazu bei, seinen Stoffwechsel im Gleichgewicht zu halten. Andernfalls muss man laut der DGE damit rechnen, schnell müde und unkonzentriert zu werden. Auch Kopfschmerzen, eine verringerte körperliche Leistungsfähigkeit und Verstopfung können die Folge von Flüssigkeitmangels sein. In einer Studie, für die rund 11.000 Beschäftigte befragt wurden, hat das IFBG in Zusammenarbeit mit der Techniker Krankenkasse allerdings herausgefunden, fast 40 Prozent erreichen die empfohlene Trinkmenge von 1,5 Liter Wasser an gewöhnlichen Arbeitstagen nicht. Jetzt gehen wir mal schauen, was das für Apps sein sollen. An heißen Sommertagen sollten Sie ausreichend trinken. Wer das häufig vergisst, kann sich mit Trinken-Apps daran erinnern lassen. Mit einigen davon macht das Wassertrinken dank netter Zusatzfeatures und schicken Design regelrecht Spaß. Im Folgenden stellen wir Ihnen eine Anzahl von empfehlenswerten Trink-Apps vor. Nun gucken wir mal, eine App, die Sie ans Trinken erinnert. Das klingt erstmal danach, als bräuchten wir auch bald eine App, die uns an das Atmen erinnert. Dabei sind Trink-Apps für die Wasserversorgung eher das, was Achtsamkeits- und Meditations-Apps für die Atmung sind. Denn Fakt ist, viele Deutsche trinken zu wenig Wasser. Knapp jeder Dritte schafft es nicht, die empfohlenen 1,5 Liter am Tag zu trinken. Doch gerade an heißen Tagen sollte es sogar mehr sein. Und genau da können Trink-Apps helfen. Dank regelmäßiger Erinnerungen und hübschen Grafiken über Ihr Trinkverhalten werden Sie dazu motiviert, ausreichend Wasser zu trinken. Unsere Empfehlungen für Trink-Apps gießen mit jedem getrunkenen Glas Wasser etwa eine virtuelle Pflanze oder lassen sich bequem mit Fitness-Tracker und Apple Watch verbinden. Plant Nanny – Wassertrinken und Pflanzen großziehen Süße Grafik – Plant Nanny ist eine liebevoll gestaltete Trink-App, die sich auch gut für Kinder eignet. Die wohl hübscheste und einfallsreichste Trink-App ist Plant Nanny, denn die Gratis-App für Android und iOS kann mehr als Sie einfach nur ans Wasser zu erinnern und Ihren bisherigen Wasserkonsum zu zeigen. In der App müssen Sie eine virtuelle Pflanze am Leben halten, was nur dann funktioniert, wenn Sie ausreichend Wasser trinken. Mit jedem Glas Wasser gießen Sie die Pflanze und können dadurch Ihr Level erhöhen. Der spielerische Ansatz und die liebevoll gestaltete Grafik unterscheidet die App von simplen Trink-Erinnerungs-Apps und kann damit auch Kinder zum Wassertrinken motivieren. Deshalb ist Plant Nanny unsere Allround-Empfehlung für Android und iOS. Naja, ich meine jetzt persönlich, man kann die auch ein bisschen auf den Arm nehmen. Dann gibt es da noch für Fitness und Apple Watch. Diese Apps funktionieren auch am Handgelenk. Wasserkonsum am Armband trecken. Einige Apps bieten auch Smartwatch-Unterstützung. Wer einen Fitness-Tracker, eine Smartwatch oder eine Apple Watch besitzt, der kann ganz einfach auf der Uhr eine Trinkerinnerung erhalten. Tracker oder Uhr eignen sich für Trink-Apps besonders gut, da Sie nicht bei jedem Glas Wasser Ihr Handy herausholen und die Trink-App starten müssen. Auf Android empfiehlt sich dafür die App Hydro-Coach. Neben ausführlichen Statistiken und der Auswahl verschiedener Getränkesorten unterstützt die Gratis-App die Anbindung an Samsung, Google Fit und Fitbit. iOS-Nutzer können auf die App Mein Wasser zurückgreifen, die sich mit Apple Gesundheit und Apple Watch verbinden lässt. Neu-Hydro-Coach, mein Wasser-iPhone. Ach, das ist ja spannend. Unterwegs kostenlos Wasser trinken. Wasserflasche immer mitnehmen. Besonders bei Hitze sollten Sie immer eine Wasserflasche dabei haben, wenn Sie unterwegs sind. An vielen Orten können Sie sogar kostenlos auffüllen lassen. Wo genau das geht, zeigt die Web-App Refill. Dort werden viele Orte und Läden aufgelistet, die Ihnen kostenfrei Leitungswasser in Ihre mitgebrachte Wasserflasche füllen. So vermeiden Sie unnötigen Plastikmüll und sparen unterwegs auch noch wahres Geld. So vermeiden Sie am Herzen aufgelistet. wie ich Gratis-App . So берen Sie. Aber ich komme auch vor. Wenn Sie nicht mehr beschränkt, Vielen Dank.